Mama, komm mal schnell, bitte. Ganz schnell, bitte. Willst du dir was zeigen? Hier sitzt ein schöner, brauner, großer Vogel auf dem Baum. Ist das ein Amselweibchen? Dürfte ein Amselweibchen sein, ja. Der ist schön. Und da hinten sitzt ein Vogel, der sinkt so hoch. Nein, nein. Ist das oben? Ja. Da, die Amsel suchen schon auf der Wiese Futter. Das sehe ich von hier. Männchen und Weibchen sehe ich da unten. Das hier, die Amselweibchen. Und da, die Amselweibchen und Weibchen, die Amselweibchen. Und da, die Amselweibchen ist nicht so hoch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Mädchen ist da unten, weil das andere ist ein kleiner Vogel oder das ist auch ein Ansel. Schnell. 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 Vielen Dank.